Happy Birthday, Damo Sanju. Happy Birthday, Muhammad Nuvi Hidajat. Happy Birthday, Finod Katara Pantin. Happy Birthday, Asmilska. Happy Birthday, Rafi Ansari. Happy Birthday, Sumit Taaku. Happy Birthday, Sangot Hidajat. Happy Birthday, Matt Suhidul. Und heute habe ich das Spiel Bloodlines. Viel Spaß. Dann geht es mal los. Tag 1. Ich denke mal, das ist schon vorbei. Das Eventuell ist heute vielleicht der letzte Tag. Keine Ahnung. Ich habe das halt die letzten Tage nicht mehr gespielt. Habe ich eine neue Gefährte oder? Nein, ich glaube nicht. Ich muss bestimmt 30 Euro bezahlen, damit ich die dann habe. Können wir ja gleich mal schauen. Oh, jo. Sieht besser aus. Geschenk abholen. Post. Schnell abholen. Und auch schnell die Aufgaben. Haben wir schon was fertig. Schön. Höh, noch was? Ach, ja, voll gut. Dann haben wir hier noch Events. Omozion. Sind das meine Stärksten? Ich weiß es nicht mehr. Dann schreibt. Der Stärker. Na egal, wir wollen die zweite Linie mal auf hier. Dann brauchen wir noch einen mit dem Schild. Und noch ein Magier. Oh, nicht so schnell. So schnell bin ich nicht. Magier. Da ist ein Magier. Stufe 1. Na gut. Ich habe die zweite Liste jetzt auch gespeichert. Ich probiere mal alles einmal drin zu haben. Also ein Tank, ein Krieger, eine Schurke, ein Magier und ein Bogenschütze. Jetzt gleich habe ich den jetzt ja auch. Und deutlich schwächer. Obwohl, der ist stärker wie hier. Ja, ja. Noch eine Linie gibt es nicht, oder? Nee. Ich wollte noch nicht gelistet. Also bin ich zu schlecht. Warum steht denn das da immer noch? Ja. Ich wollte noch nicht einkriefen. Egal. Machen wir die Band weg. Was haben wir hier? Ach, da ist die Kiste. Was haben wir hier? Nichts. Ach, ich sollte nur reingucken. Dann gehen wir mal zu den Champions. Information? Ich habe mir von welchen noch keine Information geholt. Das ist ja auch immer noch nicht. Gut, dass du wiedersehen möchtest. Hallo, Guardian. Alles wirst du. Schnellig. Okay. Good steal is beaten, aber never broken. Gut. Let's see them get through me. Das war's. Sehr viele Doppelte. Ich schicke mir die Doppelten hier auf, bis ich den gleichen davon aufwerten kann. Dafür brauche ich immer vier Charaktere. Gut, das waren die ganzen Champions. Haben wir Glück gekriegt? Ne, haben wir nicht bekommen. Trinkgeld. Was sollen wir hier machen? Sie ist noch selten. Sie hat drei Stellen, das ist noch gewöhnlich, deswegen kriegt sie erstmal die ganzen Geschenke, damit sie auch selten aufsteigt. Ah, Mist. Ich habe zuerst mal gucken müssen, bei denen hier. Ja, doch. War schon gut. Hier habe ich 171, 185 und hier habe ich jetzt auch 185. Dann gehen wir mal zum Laden rüber. Einmal kostenlos kaufen. Ja, das können wir schnell machen. Und wir können noch schneller abholen. Wir müssen alle zusammenbekommen. Ausrichten. Ausrichten. Ist das etwas? Nicht? Okay, dann nicht. Gefährten, dann müssen wir erstmal die Erben... Okay, Beschwörung. Und da können wir einmal beschwören, zweimal sogar. Erste Beschwörung. Okay. Und die zweite Beschwörung. Zum Wiedersehen. Hier ist auch mit jemandem beschwören. Beste Niste, was kann ich da abholen? Ich kann meine Daumen verteilen. Das ist doch mal richtig nice. Daumen hoch. Ich bin 607. 751 bin ich hier. 251, 607, 900, 852. Gehen wir weiter. Der Senat. Hier kommen jetzt die Probleme, die die Leute haben. Aber was brauche ich denn? Gold brauche ich nicht unbedingt. Brot. Also egal. Ich stimme denen zu, der Brot gibt. Bestätigen. Noch mehr Brot. Und hier kriegt man halt Rüstung. Aber... Ich denke, da brauche ich nichts. Und hier kriegt man halt Rüstung. Aber... Ich denke, da brauche ich nichts. Groß. Oh. Jawohl. Nee. Nicht. Auch nicht. Oh, da. Einer ist groß geworden. Noch zu klein. Ich könnte noch drei weitere Plätze kaufen. Wollen wir das? Bestätigen. Bestätigen. 400 schon. Boah. Bestätigen. Gut. Jetzt haben wir drei weitere Plätze gekauft. Mal kurz in eine Arena gehen. Was muss ich für eine Arena machen? Kämpfen? Und das ist das Schwächste. Ja. Der ist 150 stark. Boah. Ich probiere es mal. Ich denke zwar nicht, dass ich gewinnen werde. Ich bin ja auch. 36 stark bis 70 stark. Erneut versuchen? Nein. Ja. Geh mal rauf. 42. Der ist schon ein bisschen näher. an meiner Stärke dran. An meiner Stärke dran. Was wird der hier? Wo kann ich die nicht nehmen? Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warum? Ich denke nicht. Ja. Warte. Ah, 24. Ich weiß nicht. Das wird ein Ziel. Ich denke gleich nicht. Doch, alle haben es überlebt. Gut. Mein Team wurde besiegt. Ich glaube, bist du dabei. Erfolge noch. Okay, dann gehen wir auf den Champions nochmal. Gut zu sehen. Hi, Guardian. Warum ist sie eigentlich noch so schwach? Ist sie noch Level 1? Was? Aber es war auch nicht. Ich weiß nicht. Ich brauche einen, der hier, der stark ist. Sie werden schnell sehen. Eine weitere Chance, meine Talente zu zeigen. Sie hier. Warum ist sie immer gesperrt? Ich weiß es nicht. Nein. Na ja. Ihr fährt. Dann fangen wir mal an. Mit 3 Sterne. Oh, ich habe hier wieder Geschenke. Immer noch gewöhnlich. Dauert noch ein bisschen. Aber hier kommt schon her. Aber hier kommt schon her. Das ging aber schnell. Hier einmal. Hier einmal. Hier einmal. Hier einmal. Da muss ich jetzt nochmal zu den Erben hingehen. Die 3 Kinder jetzt noch. Füttern. Oder lernen. Spielen. Trainieren. Trainieren. Als Baby schon. Das ist gut. Eigentlich mehr spielen. Gut. Der braucht 15, 30. Ah, hier steht dann mal, wie viel die brauchen. Der braucht noch 3 Sachen. Den haben wir schon. 78, 30, 78, 78. Der geht schneller. Einstehend. Na gut. Arena läuft immer noch. Bestenliste? Ich bin 149. Ich bin 149. Information. Ah. Jetzt ist es weg. Ja, voll irgendwo. Da würde ich sagen. Dann gehen wir noch einmal schnell. Zum Kampf. Da oben hängen wir fest. Achso. Ist da drauf drauf. Da sind wir. Kämpfen wir. Ja. Der muss auf jeden Fall dabei sein. Der Magier. Der Bogenschützer auch. Krieger. Tank. Eine Schurke. Tank. Krieger. Let's go. Maist A Minute. Das war sehr schlimm. Ker Terra Bala. Da wurde raus auf jeden Mark. Was ist das? Aber schon der erste gestorben, sprich es wird schwieriger. Ich bin ja noch bei 40.000, da ist schon bei 39.000, da muss ich langsam was machen. Überspringen, fortfahren, überspringen und der letzte Angriff. Ich bin ja noch bei 30.000, da ist schon bei 30.000, da ist schon bei 30.000. Ich bin ja noch zu schnell. 33.000 wird es wieder bis zu sterben. 35.000, da ist schon bei 30.000, da ist schon bei 30.000, da ist schon bei 30.000. 99.000, das ist gut donc sehen, dass ihr einen Pass bestellt, wenn六 Network stash kann. 36.000, das ist die Rache gew累 wahrscheinlich. 37.000, das w exped Rache ist und zu probieren ist nicht das Video, das ist es dann schnell aus. Schleuder! Schleuder! 36 Oh! Es wird wieder Kriptich Natürlich ist abgekommen Vollhitze Oh! Der Gegner stärker jetzt, ne? Ich probier's trotzdem Oh! Doch! Ich bin Ja! Ja! Okay, ich hab was freigespielt Das ist doch auch schön Oh! Ein Barquett halt ist! Darf ich tanzen? Ah, okay Die haben alle geöffnet Kriksrad Einmal spielen! Wer kriegt was zum Essen? Also nicht zum Essen Ich dachte, dass wir so'n chinesischer Hunderttisch wohl dran drehst und dann das Essen da ist Noch keiner da bei mir Da waren Minispiele Ah! Das ist Memory! Jetzt weiß ich gar nicht, was die anderen waren Die war auch hier Oh! Hab ich noch nicht gesehen Aber Hier war die Das war die Die hab ich noch nicht gesehen Aber die war Ja Oh! Nice! So, das war mir einer Nachbar Gästeliste Null! Na gut! Was bedeutet das hier? Kann ich bei anderen Leuten vorbeischauen? Ja! Beim nächsten Mal Einmal hier alles abholen Den soll ich... Warte mal! Ein neuer! Oh! Bauen wir mal! Zuweisen Sie ist die beste dafür Wird immer direkt hier aufgelistet Wofür am besten ist Gut! Dann haben wir das! Und das! Und die Aufgabe nochmal! War fast fertig mit den Aufgaben sogar für heute! Ich würde sagen, das war's! Gut! Dann beenden wir das Spiel! Wir können nicht mehr abholen! Weil das eine habe ich schon gespielt! Und das ist jetzt das 2 Stunden Ticket! Also daher! Danke für's Zuschauen! Ich würde mich freuen, wenn ihr euch dabei seid! Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß! Und auf Wiedersehen! Ciao, ciao!